Hallo ihr Lieben da draußen! Frohe Weihnachten! Ja, wir hatten euch ja versprochen, dass es jetzt bald mal ein Familienfoto von uns geben wird. Leider hat sich bis jetzt noch nicht wirklich die Gelegenheit ergeben gehabt, um ein schönes Familienfoto zu haben. Aber es hat jetzt endlich geklappt. Und zwar ist dieses Bild, ich zeige es euch gleich im Moment, ein ganz besonderes Bild, weil es einfach uns als Familie am besten widerspiegelt, weil wir das typisch wir sind. Und ja, Frieda war auch dabei und wir blenden euch jetzt mal das Bild ein. Ja, genau, jetzt wisst ihr endlich, wie unsere kleine Frieda aussieht. Es ist ein ganz typisches Familienfoto für uns. Das erste, es wird auf jeden Fall eingeräumt werden. Und ich hoffe, ihr habt noch schöne Feiertage und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Oh. Oh.